Herzlich Willkommen hier bei WeLoveMMA zu einer weiteren News-Ausgabe. Joel Romero ist kurz davor, bei der nächsten Promotion zu unterschreiben. Wir wissen ja, er ist raus aus der UFC. Die UFC hat ihn im Rahmen der Entlassungswelle von den Kämpferinnen und Kämpfern rausgeworfen. Nun sieht es ganz danach aus, als ob er mit Bellator eine Einigung gefunden hat und schon sehr, sehr bald bei Bellator unterschreiben wird. Dabei wechselt er hoch vom Mittelgewicht in das Halbschwergewicht. Bedeutet, Joel Romero könnte auf einen alten Bekannten in der UFC treffen und zwar Anthony Rumble Johnson. Denn es sieht ganz danach aus, als würde Anthony Rumble Johnson ebenfalls bei Bellator unterschreiben. Bedeutet, Bellator holt sich Rumble zurück und Joel Romero und das wäre natürlich ein Kracher. Ich denke nicht, dass man die beiden jetzt unbedingt gegeneinander kämpfen lassen möchte, aber das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Entwicklung der Dinge. Die Frage ist natürlich, klar, wie viel kann ein Joel Romero noch greißen, aber schaut euch seinen Körper an, schaut euch seine Physis an. Romero wird auch bei Bellator das Halbschwergewicht, ja, wie sagt man so schön auf gut Deutsch, auseinandernehmen. Und ich bin wirklich zuversichtlich, dass das Ganze wirklich großartig wird. Tolle Verpflichtung von Bellator, ein Grund mehr, dass man sich auch mal Bellator reinziehen sollte. Dann noch ein kleiner Reminder und zwar haben wir am 19. Dezember KSW 57 mit den beiden deutschsprachigen Kämpfern Christian Eckerlin und Abus Magomedov. Abus Magomedov trifft auf Cesari Kesik und Christian Eckerlin trifft auf Albert Otzimkowski. Ich denke, wir alle drücken sowohl Eckerlin als auch Magomedov die Daumen, hoffen, dass sie da den Sieg mitnehmen und bei KSW erfolgreich sein werden, ihre Kämpfe erfolgreich bestreiten werden. Und dementsprechend würde ich sagen, war es das mit der aktuellen Episode. KSW gibt es live bei BILD Plus am 19. Dezember. Folgt gerne WeLoveMMA bei Instagram, lasst einen Kommentar mit eurer Meinung dazu da. Was meint ihr? Joel Romero bei Bellator, ist das für euch ein Grund, mal wieder Bellator zu schauen? Oder sagt ihr, Bellator ist und bleibt uninteressant? Schreibt mir doch gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Lasst ein Follow bei Spotify, iTunes und Coda und damit bis zum nächsten Mal.